So, hallo Leute, herzlich willkommen zur letzten Folge BroCraft, zusammen mit Peter Parker. Genau, so heißt er zumindest im TS. Ähm, Abi hat gerade eben hier, wollte mich pranken und hat aus Versehen mein Haus in Brand gesetzt, deswegen, ja, ähm. Hab ich dich getroffen? Na, ja, das war Karma. Wenigstens sind die Bücherregale nicht abgebrannt. Ähm, und mit Bücherregalen sind wir direkt beim richtigen Thema. Und zwar, Abi und ich haben maßlos verkackt. Und eigentlich sollte ja immer zwei Folgen die Woche kommen und dann sollte jetzt heute, wenn diese Folge kommt, die letzte Folge BroCraft kommen. Heute kommt auch die letzte Folge BroCraft, nur dass wir die ganzen Folgen dazwischen, ähm, äh, ja, äh, übersprungen haben. Genau, ich hab noch eine Aufnahme, wo wir im Nether waren und eigentlich eine Scheiße gemacht haben. Da hat der Ton nicht aufgenommen. War, keine Ahnung warum. Ähm, und, ja, jetzt, ähm, werden Abi und ich ein bisschen Powerfarben machen, damit wir gescheites Equipment bekommen. Und, äh, dann werden wir ins End hüpfen und, äh, Abi töten. Äh, den Endertran töten. So, Leute, wir haben jetzt gerade, ähm, eine Runde Schere, Stein, Papier gespielt. Das sah so aus. Okay. Ganz wichtig, dass man immer einen Caps schreibt. Okay, erstmal, erstmal festlegen. Der Gewinner darf was machen? Der Gewinner darf entscheiden, was er macht. Okay. Drei, bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Oh, komm, nochmal, nochmal, nochmal. Drei, zwei, eins. Okay, du darfst ja aussuchen. Äh. Ich muss jetzt, ähm, Pfeile farmen, also Flint. Und Abi darf, ähm, muss Bögen entscheiden, damit wir beide gescheite Bögen haben. Damit wir den Netatrachen auch schön zackig, knackig, äh, besiegen müssen. Deswegen jetzt wieder Zeitraffer. Und술 Muslim. Hab Kolleginnen undOOOOOOOOO. Herrinski. flipping. 第一, zwei, drei, zwei, drei, drei, fünf, und j ¿ people need? so gut Abi hat verzaubert und ich hab auch einmal verzaubert, das sah so aus ich guck jetzt mal, was ich auf meinen Level 30er Bogen bekomme wahrscheinlich so komplett max und dann so, Abi du hättest dich fahren müssen zumindest nicht für mich Infinity ja, Infinity Punch 1, Unbreaking 3 und Power nice und jetzt kann ich da noch meinen Flame drauf batschen und jetzt hat Abi ein Looting Schwert womit ich hier diese kleinen Kreaturen töten kann und dann bekomme ich ganz viele Federn aus denen, weil ich brauche jetzt noch ein Stack Federn, dann kann ich ein Stack Pfeile herstellen, deswegen wieder Zeitraffer here we go Leute wisst ihr was ich pack jetzt einfach in dieser Folge Geschenke ein weil ich muss noch Geschenke einpacken und dieses Warten ist so sinnlos und ich geh jetzt mal Geschenkpapier und Geschenke holen und mach mal hier den Tisch frei Abi 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 du Ficker du verwerst Arschloch was? so gut da bin ich wieder ich habe jetzt nicht ganz eingepackt aber dafür habe ich es geschafft einen Stack Federn einen Stack Sticks und einen Stack Flint ergibt vier Stacks macht irgendwie keinen Sinn weil theoretisch habe ich einen Stack von Sachen geschickt bekommen ähm und jetzt mache ich da noch weiter weil ich habe fast Level 30 und ich hätte gerne Level 30 weil dann kann ich noch einmal einen Bogen verzaubern und ähm ich erspare euch jetzt aber weitere Zeitraffer ähm und wir springen direkt ans End here we go so gut jetzt gehen wir in das End und ah fuck wir hätten Pumpkins mitnehmen müssen hast du den angegriffen? nein du hast den angeschaut ich habe ich bin nur ins End gegangen ich finde das ja ja Leo du hast den angeschaut halt du dein Maul zum Glück wirst du nur angegriffen ich bin schon unterwegs und im Tower yo Digger Enderman droppen so krasse Scheiße so so krasse Scheiße versuch Nummer 3 Fuck, 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 fuck Inscope Ich reiche jetzt mit meinem Pferd Ich werde jetzt mit meinem Reit Wetten ich bin so dumm und sterbe bei der Explosion Yo, so kann man es machen Nein, ich will ihn jetzt töten Halt deine Maus, es war eindeutig mein Kill, okay? Es war mein Kill Es war mein Kill Ja So Leute, äh, Endertrache besiegt, ähm Das war eine Qual Und Nach zwei Jahren haben wir es jetzt endlich geschafft BroCraft durchzuspielen Abi, irgendwelche letzten Worte, bevor ich dich ins Nether Portal schubse Äh, Endportal Ich will meine Sachen weg nicht mehr haben Bei Abi wird es jetzt richtig cool Also bei Abi Weiter gucken, da kommt noch cooler Minecraft Stuff Bei mir war es das jetzt Ab morgen kommt ein richtig cooles Video Ab dann geht es auf diesem Kanal Nur noch ums Filmen Deswegen, tschüss Gaming Hallo 2018 3 2 1 Oh mein Gott Wo bin ich schon gelandet, Leute? Ich lasse jetzt noch den Abspann Alter, ich bin so froh, dass wir dieses Kackprojekt endlich umhaben Das war einfach den Abspann Champion Et ja, der somebody Ich lasse jetzt noch mal